Okay, winke, winke, tschüss. So. Jetzt können wir hier reden. Ja, blablabla. Ich hab gedacht, der will irgendwelche Interessante von uns, aber nö. Wir müssen nur nerven. Na ja gut, dann halt nicht. Und dann... Warte, bist du dran, bis der kommt. Ey, Willi, geh mal rüber. So. Und dann gehen wir nach Hause. Dann waren wir definitiv auf Events brechend aktiv. Wir gehen auf jeden Fall erstmal erschienen, das ist ja nicht gut. Und... Gehen jetzt nach Hause. Öffnen hier und hier toll, ich neulich spiel. Nein, ich hab' ich ja einkaufen gedrückt, ich will ein Spiel auswählen. Und zwar das neue Spiel hier. Ach, da haben wir die Konsole gar nicht für. Wie viel kostet die denn? Ja, mehr als wir haben. Ja, ich sehe schon mal toll. Na ja, egal. Na ja, egal. Wir gehen... Nochmal arbeiten. Komm. Hier, sieben Stunden, perfekt. Bringt Haufen Geld in die Kasse. Kann nicht schaden. Geld schadet nie. Ich einzige, weil ich halt problematisch ist, dass wir gerade extremst müde wären. Aber na ja, komm. Das ist der ja mittlerweile bei mir gewohnt. Äh, Echen brauchen wir auch. Echen machen heute auch. Keine Ahnung. Und danach... Reden wir mal mit dem Vidi. Ja, ja. Ja, ja. Mach mal klar, mach mal alle. Nochmal allig. Dann öffnen wir das Paket. Das ist ein total toller Paket hier. Äh, Spiele ausnehmen. Eigentlich war ich ein neues Spiel, welches wir gerade gekriegt haben. Ein Gameplay zu. Hatten wir jetzt schon mal. Das kann natürlich auch sein. Nö, hatten wir noch nicht scheinbar. Okay. Machen wir mal ein 3D-Intro. Dann haben wir... Fachlicher Kommentar. Lustige Kritik. Noch mal emotionalisch. Und den hier. Dann fügen wir das Ganze wieder zusammen. Und zwar so. So. Und fertig. Okay, das bringt viel. Sehr viel. Oh, wir haben Talentpunkte. Entweder gehen wir hier rein. Oder machen wir den hier. Und wir machen auch den hier. Können dann demnächst vielleicht auf Koop gehen. Und vielleicht eventuell. Ganz eventuell. Naja. Aber ich würde erstmal sagen, wir hören erstmal auf für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Aufnahmesession hier wieder bei. Ja, YouTubers Live. Bis dahin. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Adieu. Und Tschüss. Hallo und willkommen zurück zu YouTubers Live. Und ja, wir haben jetzt 6.000 Abonnenten. Das ist ganz gut. Haben den Auftrag. Der lädt allerdings, glaube ich, gerade hoch, oder? Bla bla. Ich hoffe mal, dass der gerade hoch lädt. Ähm. Möchte ich doch ins Kino gehen? Ja, toll. Und Kanal Ahoi, wir sollen 10.000 Abos schaffen. Das sollte ja kein Problem sein. So. Wir gehen mal eben kurz für zwei Stunden arbeiten. Genau, den Auftrag haben wir abgeschlossen. Das ist sehr, sehr gut. Das bringt wieder neue Erfahrungspunkte. Beschleunigen nicht ganz einmal. Wir sind etwas müde. Haben ein bisschen was gegessen. Aber wir haben eigentlich noch genug Energie. Würde ich sagen. Aber ich ruhe nicht auch noch ganz gut aus. Ähm. Oder so halbwegs gut zumindest. Wir nehmen mal ein neues Gaming-Video auf. Und Swar zu dem Spiel hier. Ja, das kam dann zum Schluss auch nicht mehr so gut an. Aber egal. Wir machen es trotzdem. Weil wir brauchen vielleicht wieder mal ein neues Video. Denn wir haben zwar jetzt hier eins, weil es gerade veröffentlicht wurde. Aber wir brauchen trotzdem dann bald wieder neue. So. Wir nehmen erstmal ein 3D-Intro mit Logo. Ja, total super toll. Dann machen wir einen fachlichen Kommentar, oder? Ja, komm. Sollte schon passen, irgendwie. Hier machen wir eine lustige Kritik-Fragezeichen. Oder eher... Nein, enttäuscht würde ich nicht nehmen. Oder... Nein, ich nehme eine lustige Kritik. Dann machen wir das hier voll. Hier tun wir ein paar Punkte auffüllen. Nein, das ist ganz gut. Ähm... Da wäre vielleicht das hier ganz klug. Obwohl, eigentlich nicht. Ich gehe mal auf das hier. Ja, und dann... Beim letzten... Naja, gut. Jetzt zieht es sich eine, was wir hier kriegen wieder ab. Aber ne gut. Ist egal. So. Ja. Dann... Dann... Tun wir Kommentare moderieren. Im Anschluss. Aber erst müssen wir das Video hier bearbeiten. Das sollte allerdings sogar ganz gut sein. Glaub ich. So. Ja, passt. Ja. Toll. Super, gell. Ähm... Ja. Laten wir hoch. Ist okay. Okay. Danach sollten wir schlafen gehen. Vielleicht. Eventuell. Ganz eventuell. Nach dem Schlafen kann der Kollege dann hier Kommentare moderieren. Und... Danach können wir ein Hotdog essen. Und wir sollten vielleicht das Video auch nochmal bewerben. Und zwar... Sage ich weiter. Dann kriegen wir nämlich neue... Klicks und neue Abonnenten hoffentlich. Und wir moderieren dann... Von dem anderen Video die Kommentare. Das ist so mein Plan. Gut. Hm. Vielen Dank.